Hallo Leute, ich bin der GameKiller und zeig euch heute wie ihr den Trophäe auf Flattdorf bekommt. Dafür geht ihr einfach in eine Anschlusspartie, ich hab jetzt Real Madrid als Team genommen, aus dem einfachen Grund, sie haben gute Links- als auch Rechtsfüßler, die gut Freischüsse schießen können. Dann geht ihr einfach auf Benutzer Gameplay anpassen, stellt die Fehlhaftigkeit von Schüssen auf 0, auch wenn es wahrscheinlich nicht viel bringt bei Freischüssen, aber man weiß ja nie. Danach geht ihr auf CPU Gameplay anpassen, stellt die Torwartfähigkeit auf 0 und was hier nicht im Video zu sehen ist, ich hab den Sprinttempo und den Antritt nachher auf 35 runtergestellt und die Schwierigkeit hochgestellt auf Profi, da Anfänger so gut wie gar nicht foult. Dann müsst ihr euch eigentlich nur noch so ungefähr 20 Meter von Tor entfernt hinstellen, dann die L2-Taste halten, so wie hier im Video zu sehen, sodass ihr eurer Spieler den Ball abschirmt, denn so bekommt ihr viele Freischüsse, da der Gegner der ganze Zeit versucht euch von hinten den Ball abzunehmen und genau das wollen wir ja, Freischüsse, denn wir werden diese Trophäe versuchen per Freischuss zu erzielen. Dafür versucht ihr einfach so wie ich ungefähr hier zu zielen, so ungefähr, dass der rechte Typ am Pfosten steht, dann müsst ihr einfach nur den linken Stick nach rechts drücken, nicht nach oben oder nach unten, nur noch nach rechts, ungefähr zwei Balken aus 20 Metern ungefähr aufladen und dann sollte der Ball eigentlich auch perfekt über die Mauer gehen und da wir ja die Torwartfähigkeit runtergedreht haben, sollte der Torwart den Ball auch nicht halten. Und Tipp von mir, versucht es wirklich aus mindestens 20 Meter Entfernung, denn wie ihr sehen könnt, ich habe es auch erst in der 90. Minute geschafft, ich habe die ganze Zeit so aus 16, 17 Metern versucht, da Freischüsse rauszuholen, aber die sind so gut wie alle entweder gegen die Mauer oder übers Tor geflogen, da ja der Ball ja keinen Topspin hat und sich runterdreht, denn beim Flatterball darf der Ball sich ja eigentlich nicht drehen, der soll ja ohne Rotation fliegen und deswegen sollte man schon mindestens so um die 20 Metern, ich habe es jetzt aus 21 Metern geschafft, den Freistoß schießen und ja, das Ganze könnt ihr natürlich auch mit einem Linksfuß machen, deswegen habe ich auch hier einmal dritt genommen, da man ja auch noch Gerwig Bale hat oder Rodriguez, andere Linksfüßler, die gut Freistoße schießen können, ist eigentlich genau das Gleiche, nur dass ihr halt den rechten, beziehungsweise den linken Stick nicht nach rechts, sondern nach links haltet, so dass euer Spieler dann halt den Flatterball in die andere Richtung macht. Und ich denke mal, so bekommt ihr die Trophäe, denn ich wollte ja von einem Abonnenten angeschrieben, ob ich nicht nochmal ein Video dazu machen könnte, denn das letzte Video von mir war ja nicht wirklich ein Tutorial, ich habe ja einfach nur gezeigt, wie ich die Trophäe bekommen habe. Von daher hoffe ich mal, du bekommst die Trophäe, beziehungsweise ihr bekommt die Trophäe jetzt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid der Platin ein Stück näher gekommen. Ciao!